Er hat kein Geld, er schließt unsicher. Du passt nicht an unseren Tisch, schleich dich, mach dich weg. Du bist das B****, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Zeig mir Gondar so. Große Liebe für Claudia Obert, dass sie sich dann natürlich an den Tisch setzt. Wir sehen hier einen sympathischen Prinzen mit drei Nieten und hier einen unsympathischen Prinzen und eine Niete. Ob er mir ein bisschen Eis von seinem Herz abmeißeln kann für meine Cola? Dann packe ich auch mal einen oben drauf. Ich bin aber keine Massachistin. Deine Ehefrau muss eine Massachistin gewesen sein. Don't talk about my wife, okay? Don't ever use an end. And you shut up, you old fucking bones. Warum streiten die jetzt hier auf Englisch, also in einer geheime Sprache für alle RTL2-Zuschauer? Weiche Reaktion ist nur möglich, wenn jemand sagt, ich gucke kein Trash-TV. Kommt der Reality-Stars ist definitiv sowas wie Extremsport. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.